Moin Leute, willkommen zu einer kleinen Gechattenrunde Eurotrack. Heute fahren wir tatsächlich von Schottland, ich zeige es euch gar nicht schnell auf der Weltkarte, von Schottland hier oben bis irgendwo in Schweden, glaubt, der ist statt da. Ähm, wir machen das so, wir teilen diese ganze Fahrt in zwei Folgen auf. Der erste Fahrt, äh, die erste Fahrt Großbritannien, also die Route bis nach da unten, die zweite Fahrt beginnt dann hier in Dänemark und geht bis nach Schweden. Also zwei Videos, ja, ich glaub, das sollte ganz gut klappen. Ähm, ich krieg irgendwie 45.000 Filmen an den Auftrag, was für mich schon mal was Gutes ist. Ich hab nur keine Ahnung, wo ich hinfahren muss. Und meine Scheibenwischer sind an. Jetzt sind sie aus. Okay, wir müssen schon mal vier Kilometer erstmal ein bisschen zu hier fahren. Wir fahren tatsächlich dieses Mal mit meinem eigenen LKW. Eigentlich, oh Gott, stimmt, man muss hier auf der anderen Seite fahren. Ups. Ähm, ich hoffe mal, dass ich hier nix ran, sonst wird das teuer, denn das ist mein eigener LKW. Und da muss man das dann auch reparieren, selbst. Oh, oh. Easy, kein Problem. Im Ernst jetzt, wo ist der, der mir reinfahren? Das wär so easy gewesen. Und dann fährt der Typ mir einfach rein. Oh Gott, ich bin sehr, 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 sehr. Also ich hab grad schon ein paar andere Games gespielt und jetzt diese Lenkung, das ist sehr ungewohnt. Sag ich so, wie so ist. Falls ihr Bock habt, auf mehr Euro-Tag, dann lasst ein Like da und natürlich auch ein Abo, damit ihr nix verpasst. Denn 90% der Leute, die meine Videos gucken, haben nicht abonniert. Und das, das geht zu weit. Ich hab mal ausgerechnet, da wären ca. 100 Leute, die vergessen haben zu abonnieren. Und die einfach keinen Bock haben. Ich mein, Google-Account kann man eigentlich auch easy erstellen, also falls ihr keinen habt, ne. So, das ist unser Auftrag. Annehmen und jetzt muss ich den Anhänger irgendwo abholen. 2.000 Jahre später. Oh Gott, jetzt muss ich hier um die Kurve kommen. Das wird ja schon eine Herausforderung. Okay, okay, okay. Oh. Oh. Knappe Kiste auf jeden Fall. Aber easy geschafft. So, jetzt hier einmal abbiegen. Linken. Volle Kanne mit 1.000 kmh gegen Schild fahren. Nee, doch nicht. Einfach mitten auf der Straße stehen bleiben, geht schon. Oh Gott, das sind 36 Stunden. Na gut, kann man wenigstens aufteilen, ne. So, jetzt direkt Gas geben. Ich muss, ich muss überpünktlich einkommen, das ist mein Ziel. Ich glaub zwar nicht, dass ich das schaffe, aber easy peasy. Ich hoffe auch nicht, dass ich die Aufnahme jetzt irgendwie 40 Minuten lang werde. Das wär wär ein bisschen blöd. Aber egal. Das schaff ich schon. So. Da wird wahrscheinlich schon wieder was gebaut. Aber wir fahren einfach mit 1.000 kmh vorbei. Oh Gott, ich seh auch schon, ja gut, mein Bett fühlt sich schon langsam. Der Tank leert sich. Könnt kritisch werden und hoffentlich brauche ich keinen fatalen Unfall. Okay, rechts, oh nein, jetzt muss ich auch noch abbiegen. Hoffentlich kommen wir gleich schnell auf die Autobahn, denn dann kann man einfach gechillt geradeaus fahren. Los, gib Gas, gib Gas, fahr an, fahr an. Fahr, 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 fahr. Aber tatsächlich ist dieser LKW auch sehr leistungsstark, denn ich hab damit mal probiert, einen Schwertransport zu machen. Ich kann euch sagen, Schwertransport ist immer noch sehr schwer mit diesem LKW, denn der kann das einfach nicht. Der hat einfach nicht die Leistung. Aber falls ihr mal Bock auf den Schwertransport habt, machen wir auf jeden Fall mal gern. Wenig in leistungsstarken, also entweder eine schön gerade Strecke oder ein extrem leistungsstarken LKW. Eins von beiden. Ist leider ein Muss. Also eine komplett gerade Strecke, das schafft der LKW, aber leider war das jetzt irgendwo in Großbritannien oder so, die Aufträge immer. Und da ist es sehr bergig irgendwie. Ist eh nur Grund. Ich fahr tatsächlich auch gerade viel zu schnell, 20 kmh zu schnell, aber egal. Ich muss hier Zeit aufholen, auch wenn ich eigentlich noch ziemlich gut in der Zeit liege. Ich möchte auf jeden Fall überpünktlich ankommen. Leider kriegt man dafür kein Bonusgeld, das wäre geil, wenn man dafür Bonusgeld irgendwie bekommen würde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Kurve, die Kurve, die Kurve. Easy. Kein Problem für den Biba. Das sind schon extra reiche Straßen hier. Wir sind irgendwie auch noch nicht auf die Autobahn gekommen. Viel schade. Autobahn habe ich Bock drauf, obwohl das ja auch schon ziemlich viel Spaß macht. Obwohl bei der Autobahn kann man aber schön Leute abbringen und so. Das ist schon ganz cool. Oh Gott, Gegenverkehr. Gegenverkehr hasse ich ja. Weil vor allen Dingen in Kurven oder auch auf Autobahnen in Kurven, wenn die da neben dir fahren. Das ist kritisch immer. Weil ich muss dann immer so lenken, dass ich nicht aus meiner Spur komme. Weil sonst entweder ramme ich den oder ich fahre gegen eine Leitplanke auf der anderen Seite. Gott, ich dachte gerade, da wäre ein riesen Schlagloch. Aber irgendwie, es war entweder ein Baum oder eine Stromtrasse. Jetzt irgendwie sah es nach beiden aus. So, da vorne ist eine Raststätte. Zum Glück, mein Tank ist noch gut gefüllt. Schlafen muss ich auch noch nicht. Vielleicht machen wir auch vier Videos aus diesem Projekt oder so. Weil dann könnte ich ein Projekt wegstreichen, zum Beispiel Roblox. Da brauche ich Internet für. Und das könnte kritisch werden. Gut, das sind, also das sind ja noch einige Stunden Fahrer auf jeden Fall. Den ganzen Tag sogar. Okay. Vielleicht hätte ich mir eine kürzere Fahrer aussuchen sollen. Und ich dachte tatsächlich, die wäre ziemlich kurz. Das ist natürlich blöd, weil ich ein bisschen hinterher bin. Aber egal, dann mache ich einfach vier Videos hier draus. Kommt nicht übertrieben. So. Wir fahren tatsächlich jetzt auch eine ziemlich kurze Strecke. Und haben irgendwie schon zehn Minuten Aufnahme voll. Gut, ich muss auch noch Ladescreen und so bedenken. Weil irgendwie kann ich bei Eurotrack manchmal auch nicht raustappen. Manchmal geht's, manchmal nicht. Ja, toll, jetzt habe ich auch noch Verkehr vor mir. Und hinter mir auch. Gut, da muss ich aber abbremsen. Ich muss sowieso abbremsen, weil jetzt geht's auf die Autobahn. Bremse, Bremse, Bremse. Stimmt, hier hätte ich, glaube ich, sogar mal einen Schwertransport hoch. Da bin ich einfach nicht hochgekommen. Ist auch sehr steil hier. Gott, ich kämpfe jetzt schon hoch. Oh, oh. Nee, nee, nee. Das schaffe ich. Oh nein, hier staut sich schon. Oh, oh. Das könnte für dich kritisch werden. Will sich das hier schon stauten. Die Autos jetzt schon die Spur wechseln. Da, kein Bock. Ich würde ja jetzt auch schon gerne auf die andere. Aber ich bin noch nicht schnell genug. Das wäre... Also ich komme... Guck mal, die sind schneller als ich. Und die schleichen da rum. Dass jetzt alle die Spur wechseln auf die andere dadurch. Weil ich meine, die Spur, wo ich gerade drauf fahre, die ist ja jetzt belastend gewesen. Den Zweck sind teilweise Autos von meiner Spur auf die andere. Und belasten damit ja die andere Spur. Das ist... Das könnte wirklich zu einem großen Stau hier werden. Wo ich das... Das vermisse ich... Also das wäre wirklich cool, mal ein Eurotrack. So einen riesigen Stau. Also nicht cool jetzt, aber also doch schon irgendwie schon. Das wäre realistisch. Das finde ich eigentlich doch ganz cool, weil einfach so gechillt im Stau stehen. Wie in echt. Okay, in der Kurve würde ich jetzt nicht überholen lassen. Wäre ein bisschen dumm. Na toll, ich bremse direkt wie auf 30 kmh runter. Da bin ich echt dumm. Jetzt muss ich ja wieder alles... Und jetzt zieht der mir komplett davon. Ich wechsle einmal die Spur. Einfach, um den Typ hinter mir auszubremsen. Scheiße, jetzt wechselt der jetzt hat er die Spur gewechselt. Man überholt nicht von links oder von rechts. Warte, ist das doch das... Man überholt doch von rechts, ne? Ich glaube schon. Bin mir auch nicht mehr so ganz sicher. Gott, hier so ein Hubbel. Merkt ihr das? Seht ihr das? Oh, scheiße. Ich ranne das Auto fast. Oh, oh, da war ein Blitzer. Geil, ich kriege 40.000 für den Auftrag. Easy going. So. Oh, hier darf man jetzt sogar 7.90. Mein LKW kann zwar nur 90, aber... Ach, geht schon klar. Hoffentlich kann man das irgendwann upgraden, dass mein LKW wie 100 oder 110 kann. Das wäre geil. Weil dann wäre ich... Direkt davon raus. Ich glaube, das geht nicht, denn alle Tempolimits sind meistens auch so bei 80 oder wie in Großbritannien bei 97. Aber für LKWs habe ich, glaube ich, noch nie ein Tempolimit über 98 tatsächlich gesehen. Ich gehe jetzt dann doch noch mal lieber tanken und schlafen. Und ich würde sagen, wir haben schon gut was geschafft in dieser Folge. Und wir werden auch noch mehr schaffen. Ich habe kurzzeitig überlegt, ob ich das jetzt schon behalten soll. Aber nee, das wäre dann doch schon zu früh, würde ich sagen. Wir tanken erstmal und dann gehen wir aber kurz schlafen. Das muss ja auch mal gemacht werden. Also ich muss das also überwählen. Wir hätten noch ein bisschen fahren können, aber dann ist der WC voll. Ich weiß mich nie, hier wann die nächste Raststätte ist. So. Voll. Gut, dann kann ich losfahren. Die Parkplätze, da wollte ich mich auch noch mal beschweren. Das ist so richtig beschissen. Da kommt man noch gar nicht rein. Das ist so. Lohmote abstellen und erstmal eine Runde schlafen. Gott, jetzt regnet es auch noch. Gott, jetzt ist auch noch eine Nachtfahrt. Egal, schaffe ich schon. Achso, stimmt. Ich habe hier Mitarbeiter. Das wisst du, glaube ich, auch noch nicht. Und die Karin hat mir erstmal 2.600 eingebracht. Geil. Erklärt zwar nicht, wie soll ich 24.000 habe. Ich hatte gerade eben nur 16.000. Aber bin ich mit einverstanden. So. Weiter geht's. Ist für mich. Achso, jetzt muss ich hier abbiegen. Klar. Oh Gott, das ist kritisch. Das ist kritisch. Das ist kritisch. Ah, ich bin. Ich habe es hoch geschafft. Ich habe es hoch geschafft. Easy going. So, jetzt lang. Einfach geradeaus wahrscheinlich, ne? Gott, das merkt man richtig, wie rutschig das ist durch den Regen. Ah, das ist wirklich ziemlich rutschig. Oh nein, jetzt sind wir auch noch Speed Cameras. Auf der Autobahn finde ich sowieso ein bisschen komisch von den Briten. Oh, das konnte ich noch abdämpfen. Ab, ab, ab. Wie nennt man das? Gott, ich habe das Wort vergessen, was ich gerade sagen wollte. Das konnte ich noch doch. Keine Ahnung. Ich konnte mich davon abhalten, dass ich da reinfahre, aber ich würde nicht was anderes sagen. Aber, wovon ich leider euch... Äh, Gott, das... Ne, das ist ja was. Was ihr auf jeden Fall machen solltet. So, fahren wir mal. Auf jeden Fall abonnieren, die Glocke aktivieren, liken. Und den zweiten Part angucken von Neuward Park. Denn das war es mit dem ersten Part, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, liebe Damen und Herren. Ciao, ciao. Euer Habiba. Habt auf jeden Fall noch einen wunderbaren, schönen Tag.